So, heute stellen wir den Timmy vor. Timmy kommt ursprünglich aus Rumänien, ist ein circa acht bis zehnjähriger Dackelmischling, der total lieb zu allen ist. Andere Hunde akzeptiert er, hat er erstmal die große Klappe, aber nach kennenlernen ist das okay. Im neuen Zuhause wäre Timmy aber lieber Einzelhund, weil er sehr vereinnahmend ist und sein Frauchen oder Herrchen für sich alleine möchte. Ja, genau du. Timmy sollte keine Treppen steigen aufgrund seiner kleinen krummen Beinchen, aber man kann ihn ohne Probleme tragen. Er hat nur sechs Kilo und lässt sich das ohne Probleme gefallen. Timmy ist was für Leute, die viel Zeit haben, die den ganzen Tag zu Hause sind, weil allein bleiben ist nicht so sein Ding. Er jammert da hinterher. Er macht zwar nichts kaputt, aber er weint dann. Also, Timmy ist was für Leute, die kleine Spaziergerunden machen, keine großen Marathon-Spaziergänge, die viel Zeit haben, zu Hause sind und Lust und Liebe haben, den kleinen Mann hier zu verwöhnen. Fressen tut er übrigens für sein Leben gern.